Es ist schon wirklich sehr, sehr lange her, dass ich mal einen Minigolfschläger in der Hand gehalten habe. Genau genommen war es nämlich, als ich noch ein Kind war und auch hier in Hombeck auf der Minigolfanlage. Die hat sich aber ganz schön verändert. Die wurde jetzt in den letzten Monaten nämlich zur Adventure-Minigolfanlage ausgebaut. Ich darf jetzt heute vor der offiziellen Eröffnung am Samstag mal testen, was die Bahnen tatsächlich so mit sich bringen. Der Ball ist zwar unten angekommen, aber ich finde, das geht auf jeden Fall besser und mit weniger Schlägen. Dafür hole ich mir jetzt mal die passende Unterstützung. Und ich habe jetzt natürlich auch die passende Unterstützung gefunden, nämlich Daniel. Er ist hier der Betreiber von der neuen Adventure-Minigolfanlage. Vielleicht kannst du uns ja einmal sagen, wie schafft man es denn jetzt, dass der Ball wirklich perfekt dann ins Loch kommt? Ja, gerne. Ich glaube, bei dieser Bahn muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man das richtige Tempo hat, so dass man den Hügel hochkommt, aber natürlich trotzdem auch nicht zu fesse schlägt, damit er wieder von den Bannen abprallt. Versuchen wir das mal. Du hast jetzt auf jeden Fall bei dir gesehen, der Ball ist schneller und vor allem auch besser unten angekommen. Natürlich auch abenteuerlich hier, zum Beispiel mit dieser Wasserrutsche. Ist das so das, was Adventure-Minigolfanlage ausmacht? Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier auf der Anlage verschiedenste Hindernisse integriert. Zum Beispiel diese Wasserrutsche, wo der Ball wirklich durch den kleinen Fluss auf die Rutsche läuft und wieder auf die Bahn kommt. Und das ist halt nur ein Hindernis von vielen, die wir hier versucht haben zu integrieren. Und das ganze Thema Adventure-Golf oder Adventure-Minigolf zieht sich natürlich durch die Anlage durch. Es gibt Höhensprünge, es gibt kreative Hindernisse, es gibt Gefälle etc. Es gibt Sprünge und da haben wir doch einiges, glaube ich, hier eingebaut. Eine ganze Menge, die es zu entdecken gibt. Und ich würde sagen, da gehen wir dann auch gleich mal hin. Alles klar. Mit deinem ersten Schlag bist du jetzt quasi schon fast am Ziel angekommen. Gibt es denn jetzt beim Adventure-Minigolf irgendwelche anderen Regeln im Vergleich zum normalen Minigolf? Ja, tatsächlich gibt es extra Adventure-Minigolf-Regeln. Der Hauptunterschied liegt darin, dass man nacheinander auch abschlägt, also jeder macht einen Schlag. Und danach beginnt wieder der, der am weitesten weg vom Loch ist und darf dann seinen nächsten Versuch starten. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall der größte Unterschied. Ja, ich bin jetzt am weitesten weg vom Loch, also würde ich sagen, versuche ich hier nochmal mein Glück. Jetzt ist mein Ball immer noch weiter weg vom Loch als dein, also darf ich jetzt quasi nochmal? Exakt, du darfst jetzt deinen nächsten Versuch starten. Okay, dann mache ich das mal. Wir sind jetzt hier schon wieder am Ende bzw. am Anfang angekommen. Hier sieht man auch noch ein bisschen, was muss bis Samstag noch getan werden. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen einmal noch unsere Terrasse fertig bauen, die natürlich einlädt, nach dem Spiel eine kleine Pause zu machen, Eis zu essen und was zu trinken. Dann haben wir unser Kids-Screen, wo die Kinder sich ein bisschen austoben können. Ja, das muss auch noch fertiggestellt werden. Dann gibt es noch die Pflasterarbeiten und die Hütte muss noch ein bisschen fertig gemacht werden. Also wir haben noch einiges zu tun bis Samstag, aber wir freuen uns sehr drauf und sind auch schon ganz aufgeregt. Ja, auch wenn jetzt die Terrasse noch fehlt, würde ich sagen, so ein kaltes Getränk kann man uns jetzt trotzdem verdienen. Absolut. Ich habe hier heute auf jeden Fall einiges in Sachen Minigolf gelernt und werde vielleicht hier auch nochmal selber hinkommen, um noch ein paar mehr Bahnen zu spielen. Euch wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg hier bei dem Adventure Minigolf. Vielen lieben Dank.